Kapitel 2 Zwölf Jahre Wow! Das ist das beste Geschenk der Welt! Danke, Papa! Danke, Dad! rief Sam, hüpfte durch das Wohnzimmer im Westflügel und umarmte seine Väter. Gerne, obwohl ich nicht weiß, wie ich das finden soll. Cerus lachte. Es war Harrys Idee gewesen, seinem kleinen Bruder zum Geburtstag einen Feuerblitz zu schenken. Sam war verrückt nach Quidditch und liebte das Fliegen. Er schien auch, was das anging, eine gewisse Begabung zu haben. In allen anderen Fächern war er ebenfalls ein Überflieger. So sehr, dass Cerus bereits überlegt hatte, ihn ein Jahr überspringen zu lassen. Aber letztendlich hatte er sich dagegen entschieden. Gerade Sam sollte die Möglichkeit haben, so lange Kind sein zu dürfen, wie es ging. Mach dir keine Sorgen, Dad. Er hat echt Talent, sagte Harry beruhigend und verschüttete Sam durch die dunkelbraunen Haare. Darf ich ihn ausprobieren? Wollte der kleine Slyssalon aufgeregt wissen. Cerus stöhnte. Na schön, wir können uns ja wohl kaum verhindern, aber nur, wenn Harry und Draco mitfliegen und nicht höher als die Kastanie. Er mahnte Cerus. Flehend sah Sam nun zu seinem Bruder und Draco. Beide nickten lächelnd. Na dann komm, Kleiner, schauen wir mal, was du kannst, sagte Harry und zog mit Draco und Sam von dannen. Aber Harry, rief Cerus noch. Ja, ja, Dad, mach dich locker, schallte es vom Flur. Sagte er gerade, mach dich locker, entrüstete sich Cerus. Tja, herzlichen Glückwunsch, Seth. Du bist nun endgültig auf dem Elternplaneten gelandet. Lucius lachte laut auf. Na, vielen Dank auch. Schmolte der Lehrer und Regulus Narzissa und Lucius brachen in Gelächter aus. Nun musste auch der Tränkemeister lachen. So, aber nun Spaß beiseite. Wie geht es euch? Wie waren die Tage in Spinner's End? Gestern vor den Jungs wollte ich nicht fragen. Fragend sah Narzissa zu Regulus und Severus, während sie Cedric und Arthur sanft wiegte. Die beiden Männer sahen sich kurz an. Severus seufzt und nahm einen Schluck Tee, ehe er sprach. Na, Sam, geht es wirklich gut. Er hat eine Weile gebraucht, aber langsam taut er endgültig auf. Er schläft inzwischen ruhiger. Das kam auch Reg und mir zugute. Er schlief nämlich zwischen uns. Tja und Harry hält sich ganz gut, aber er ist sehr, sehr nachdenklich. Die Sache mit der Entführung und Dumbledores Tod, das alles hängt ihm sehr nach. Draco und er sagen nichts, aber ich sehe ihnen an, dass sie wenig schlafen und ich denke, es liegt daran, dass Harry Albträume hat. Ihm bedrückt etwas, aber noch sagt er nichts. Schloss Severus. Was ist mit euch? Wollte Narzissa wissen. Keine Sorge, Cesar, uns geht es gut. Wir haben die Jungs und uns. Sicher, sich immer zu verstecken ist nicht so leicht, aber ich kenne es kaum anders. Wir müssen einfach auf das Beste hoffen. Sackte Regulus und drückte die Hand seines Verlobten. Dann lasst uns nach vorne schauen. Es stehen neben heute noch einige andere Ereignisse ins Haus. Wir sollten langsam anfangen, eure Hochzeit und Harrys siebzehnten Geburtstag zu planen. Wie sieht es denn mit der Gästerliste aus? Wollte Lucius wissen. Die ist soweit fertig. Minerva, Filius und Pomona kommen aus Hogwarts. Ach, und natürlich Poppy. Ansonsten Mr. Savini und Mr. Finnegan. Miss Lovegood mit ihrem Freund, keine Ahnung, wer das ist, aber sie meinte zu Harry, dass wir ihn kennen und er sehr vertrauenswürdig sei. Falls nicht, werden die Schutzzauber um das Haus ihren Dienst tun. Dann Mrs. Longbottom und Neville, Miss Parkinson und Mr. Nott. Hagrid kommt auch, genauso wie Remus und Tongs und natürlich die Weasleys mit ihren Partnern. Zählte der Tränkemeister auf und sah Bestätigung suchend zu Regulus, der nickte. Alle Weasleys? Wollte Lucius wissen. Severus nickte. Ja, Arthur Weasley hat im Büro erzählt, dass er und seine Familie zu den Eltern von Fleur de la Cour nach Frankreich reisen würden, vor der großen Hochzeit. Er hofft damit, genug Ablenkung geschaffen zu haben. Nachdenklich nickte Lucius. Na, ich werde ebenfalls für etwas Verwirrung sorgen und Arthur einen sicheren Portschüssel besorgen, damit alles glatt geht. Alles in allem sind wir also gut 33 Leute. Denkst du, das bekommen wir hin? Fragte Severus. Sicher. Wir haben schon ganz andere Feste gefeiert und das Haus ist besser geschützt denn je. Wer soll euch eigentlich trauen? Fragen sei Lucius zu den beiden Männern. Ehrlich gesagt haben wir uns darüber lange Gedanken gemacht, aber es fiel uns niemand ein. Niemand, der zu dem Kreis gehören würde, dem wir vertrauen. Also dachten wir, vielleicht könntest du etwas sagen und es wird dann eher so eine symbolische Feier. Antwortete Severus. Hm, so sehr ich mich auch geehrt fühle, aber ich denke, ihr solltet richtig getraut werden. Und ich weiß auch schon von wem. Lasst mich nur machen und lasst euch überraschen. Skeptisch sahen Severus und Regulus sich an, nickten dann aber. So, dann lasst uns mal alles für diese Feier vorbereiten. Remus, Tongs, Blaze und Chamis werden bald kommen. Sagten Narcissa und trieb die Männer ins Esszimmer. Draco sah nach oben. Die Sonne war nach Tagen endlich mal wieder zu sehen und so musste er die Augen schützen, als er im Himmel nach Harry und Sam ausschau hielt. Die beiden flogen natürlich höher als die alte Kastanie, die am See stand, aber Draco musste zugeben, dass Harry recht hatte. Sam hatte Talent. Er flog alle Manöver, die ihm sein Bruder zeigte, sicher nach und zeigte weder Angst noch Unsicherheiten. Ganz im Gegenteil. Draco erkannte, dass sein Freund den Jungen eher noch bremste und ihn anhielt, etwas tiefer zu fliegen. »Na, da haben wir ja genau das richtige Geschenk.« kam es plötzlich von hinter Draco. Er schrag zusammen und drehte sich um. Remus stand mit Tongs im Arm hinter ihm und grinste, während seine Verlobte das Treiben am Himmel beobachtete. »Remus, Tongs, erschreckt mich doch nicht so. Schön, euch zu sehen,« sagte Draco und umarmte die beiden. »Tut uns leid, aber du warst so abgelenkt, dass du nichts mitbekommen hast.« Remus lachte. »Ja, ich mache mir, glaube ich, mehr Sorgen um Sam als Harry, aber wie man sieht, scheint es unbegründet zu sein,« sagte Draco lächelnd und wies mit dem Kopf zum Himmel. »Also, was ist das für ein Geschenk?« wollte er nun wissen und zeigte auf das Paket in Remus' Hand. »Schutzausrüstung für Squidditch,« erklärte Tongs. »Aha, Zufall, oder?« »Naja, seine Väter haben uns einen Tipp gegeben,« erklärte Remus grinsend. »Wir gehen schon mal rein und begrüßen die anderen. Kommt einfach, wenn ihr soweit seid,« sagte er und ging mit Tongs ins Haus. Draco sah ihn noch hinterher, da erschienen schon die nächsten beiden Gäste, nur wenige Meter entfernt. Blaze und Seamus kamen den kleinen Weg heruntergelaufen und standen kurz darauf vor Draco. Dieser grinste, als er das leicht blasse Gesicht des Iren sah. »Na, Seamus, holpert Blaze immer noch beim Apparieren?« fragte er lachend und umarmte den jungen Mann. »Hey, ich appariere einwandfrei. Ich kann nichts dafür, dass mein Freund einen empfindlichen Magen hat.« entrüstete sich Blaze. »Schön gut, schon gut. War auch nur ein Scherz,« sagte Drake und umarmte auch Blaze. »Schön, dass ihr da seid.« »Wir freuen uns auch,« sagte Seamus und legte einen Arm um Blaze Hüfte. »Na, das ist ja mal ein Geschenk,« sagte Blaze und sah zum Himmel. Inzwischen hatte auch Harry die Besucher entdeckt und bedeutete, Sam zu landen. Sekunden später standen der Gryffindor und sein jüngerer Bruder neben den anderen. »Hallo, Jungs,« sagte Harry leicht außer Atem und umarmte die beiden. »Hallo, Blaze, hey, Seamus,« strahlte ein glücklicher Sam mit zerzausten Haaren. »Na, Kleiner, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag,« sagte Blaze und schloss den kleinen Jungen in seine Arme. »Von mir auch,« sagte Seamus und wuschelte Sam durch das dichte Haar. »Dankeschön, schaut mal, den Feuerblitz habe ich von Papa und Dad bekommen und den Schnatz von Harry und Draco,« sagte Sam und zeigte auf die Dinge. Den kleinen goldenen Ball hatte er bereits wieder in die kleine verzierte Kiste gesteckt. »Sehr schön. Wir haben auch Geschenke mitgebracht,« sagte Blaze grinsend und zeigte auf seine Umhängetasche. »Na dann, lasst uns reingehen, Remus und Tonks sind auch schon da,« sagte Draco und lief mit Harry an der Hand voraus. Nach der allgemeinen Begrüßung machte sich Sam daran, seine Geschenke auszupacken. Seamus und Blaze hatten auch noch Päckchen von Ron, Hermine, Luna und den Weasels dabei. Von Hermine und Ron bekam Sam ein Fotoalbum, in dem bereits Fotos von ihm, Harry und Draco waren und ein Buch über alte Runen. Harry nahm stark an, dass das Hermines Idee gewesen war. Aber Sam freute sich auch darüber riesig. Von Luna bekam er einen Teddy, der im Sommer kühlt und im Winter wärmte. Einige Minuten stand Sam starr mit dem Blühstier in der Hand im Raum. Er drückte den Teddy an sich und es wirkte so, als würde er ihn so schnell nicht wiederhergeben. Harry wurde klar, dass auch sein jüngerer Bruder nie so etwas besessen hatte. Es dauerte eine Weile, ehe Sam sich den restlichen Geschenken widmen konnte. Von den Weasels bekam er ein großes Paket mit Süßigkeiten und einer Auswahl zauberhafter Zauberscherze, was Severus ein Stöhnen entlockte. Außerdem lagen ein Pullover und eine Strickjacke darin. Der Pulli war Smaragdgrün und hatte ein S in Grau, direkt in der Mitte. Die Strickjacke war in demselben Grau und hatte auf der rechten Brustasche ein S in Smaragdgrün. Wow, Molly musste ich echt gern haben. Regulus lachte. Das ist toll, ich meine die Sachen, die sind total schön, sagte Sam und probierte die Strickjacke an, welche wie angegossen passte. Ja, und sie ist echt praktisch. Es kann Sam heißen oder auch Slytherin, sagte Draco und zeigt auf das S. Dann waren Remus und Tonks an der Reihe. Ihr Geschenk entlockte Sam einen Jubelschrei. Die Quillitschachen zog er sofort an. Heißt das, dass ich in der Mannschaft spielen darf, wenn ich es schaffe? Beinahe schon flehend sah er zu seinen Vätern. Na, wir wissen, wie sehr du dir das wünschst und wenn du schon spielst, dann sicher, sagte Serus und fand sich genau wie Regulus kurz darauf in einer festen Umarmung wieder. So, jetzt sind wir dran, sagte Blaze und übergab dem Jungen ihr Paket. Darin war ein Besenpflegeset. Danke, 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 schrie Sam und drückte den Holzköffer an sich. Irritiert sah Serus zu den beiden Jungen. Gut geraten, fragte er. Blaze zuckte mit den Schultern. Sam redet von kaum was anderem als dem Fliegen. Da dachte ich, ihr würdet schon nicht so grausam sein, dem kein Schenken. Sagte Blaze grinsend. So, so, sagte der Tränkemeister, konnte sich aber ein Lächeln auch nicht verkneifen. Nach dem Geburtstagsessen setzten sich alle in den großen Garten des Männers. Es roch nach Rosen und Lavendel. Lampjong schwebten umher und ein Feuer brannte. Draco war mit Blaze und Seamus verschwunden und Harry saß unweit der Gruppe unter einer Kastanie. Sam hockte direkt unter einem Lampjong und las in dem Buch, welches ihm Ron und Hermine geschenkt hatten. Sammy, du machst dir die Augen kaputt, wenn du bei diesem Licht liest. Er meinte Regulus seinen Sohn. Doch dieser war so vertieft, dass er nicht reagierte. Seufzend richtete der Heiler seinen Zauberstab auf den Lampjong und sofort strahlte dieser etwas heller. Ob er in den Klamotten schlafen wird? fragte Tongs lachend. Ja, ziemlich sicher und mit dem Wesen. Zum Glück hatte er inzwischen sein eigenes Bett. Sagte Seamus und sah zu seinem Jüngsten. So, und nun erzählt mal, was gibt es bei euch Neues? Sagte Narcissa und sah zu dem Wehrwolf. Der sah schnell zu seiner Verlobten, die lächelnd nickte. Äh, also, ähm, ich werde Vater, stotterte Remus. Was? Oh, wir freuen uns für euch! Sagte Narcissa und umarmte die beiden. Auch Regulus, Seamus und Lucius schlossen sich ihren Glückwünsche an. Wann ist es soweit? Wollte Regulus wissen. Erst Ende März nächsten Jahr. Aber mein Verlobter kann jetzt schon kaum schlafen, sagte Tongs und drückte Remus' Hand. Hey, das ist mein erstes Kind und ich bin nicht mehr der Jüngste, sagte Dieter entschuldigend. Na, na, Remus, du bist genau wie ich erst 37 und sicher nicht zu alt für ein Baby, sagte der Tränkemeister lächelnd. Ja, und was soll ich sagen, ich bin 43 und meine Jüngsten sind noch nicht ganz drei Monate alt. Fahr Flushes ein. Na, du hörst leicht reden. Immerhin hast du schon einen Sohn großgezogen und, Sef, deine Söhne sind zwölf und fast siebzehn und aus dem Gröbsten raus, sagte Remus gespielt ernst. Ja, aber deshalb machen wir uns nicht weniger Sorgen, sagte Serous nachdenklich. Und wenn alle Stricke reißen, hast du noch deine 25-jährige Verlobte, sagte nun Narcissa lachend. Ja, vielen Dank auch, schmolte Remus. Alles gut, Opa, ich lieb dich auch mit grauen Haaren, flüsterte Tongs und küsste den Werwolf. Fällst du mir in den Rücken? Nein, nie, sagte die Hexe und grinste. Ich schaue mal, was Harry macht, sagte Remus stand auf und lief in Richtung Kastanie. Oh, oh, ist er jetzt beleidigt? Fragen sah Lucius zu Tongs, aber diese schüttelte den Kopf. Alles gut, vor ein paar Tagen waren wir einkaufen und eine Verkäuferin dachte, ich sei seine Tochter. Allerdings war die gute Frau sicher schon 70 und ihre Brillengläser nachzuurteilen fast blind. Aber das hat an seinem Selbstvertrauen gekratzt. Macht euch keinen Kopf. Seit wir das mit der Schwangerschaft wissen, ist er etwas empfindlich. Remus lief um die Rosenbüsche hinunter zum See. Der Halbmond tauchte alles in ein weiches Licht. Harry saß unter der Kastanie und blickte auf den See. Darf ich? fragte Remus, als er neben dem Gryffindor stand. dieser fuhr herum. Oh, Remus, klar, setz dich, sagte Harry. Wo stecken denn die anderen? fragte Remus, nachdem er sich in das Gras neben Harry gesetzt hatte. Draco zeigt Blazin-Shamus irgendwas im Haus, erklärte Harry und wies hinter sich. Und du? Weiß nicht, ich wollte, glaube ich, einfach etwas allein sein, sagte Harry nachdenklich. Soll ich gehen? wollte Remus wissen, aber Harry schüttelte schnell den Kopf. Nein, bitte bleib. Eine Zeit schwiegen sie und hörten nur das Plätschern des Wassers und das Zirpen der Grillen in der Ferne. Wie geht's dir? wollte Remus noch eine Weile wissen. Harry zuckte mit den Schultern. Weiß nicht. Ich schlaf schlecht. Ich dachte eigentlich, die Albträume und Panikattacken seien vorbei, aber im Moment ist das fast so wie vor einem Jahr. Nur, dass ich jetzt eine Familie habe, die mich aufhängt. Gequält sah Harry zu Remus. Dieser legte ihm eine Hand auf den Unterarm. Hör zu, Harry. Das, was vor den Ferien passiert ist, war nicht deine Schuld. Du hast Mad-Eyes Erinnerung gesehen. Du weißt, dass Dumbledore es wollte, erklärte er. Ja, ich weiß, aber es ist... Ach, es ist einfach unfair. Er lässt mich allein mit dieser... Harry brach ab und schüttelte den Kopf. Du gehst nicht zurück, oder? Fragend sah Remus ihn an. Harry sah aufs Wasser und schüttelte den Kopf. Ich kann nicht. Drake und ich, wir werden die restlichen Hockrucks suchen. Der Krieg wird nie enden, wenn wir das nicht tun. Lass mich raten, deine Väter wissen noch nichts davon. Wieder schüttelte Harry den Kopf. Ich will ihn die Hochzeit nicht verderben. Sie würden es uns ohnehin ausreden wollen. Ich glaube aber, Dad denkt sowieso darüber nach, Draco, Sam und mich nicht wieder zurückzuschicken. Was ist mit Draco? Wollte Remus nun wissen. Er steht zu mir und will mich begleiten. Eigentlich wollte ich allein gehen, aber... Aber das würde er nie zulassen. Da endete Remus Harrys Satz. Der junge Mann nimmte lächelnd. Rückblick Zweiter Tag in Swinners End Harry erwachte früh. Regen und Wind peitschen gegen die Fenster des kleinen Hauses. Draco neben ihm schlief noch. Der Gryffindor setzte sich auf, griff nach seiner Brille und schwang die Beine aus dem Bett. Er trat an das Fenster und sah nach draußen. Unten auf der Straße war um diese Uhrzeit kein Mensch. Trotz allem fühlte er sich verfolgt. Seit Dumbledores Tod schlief er schlecht und kämpfte immer wieder mit aufkeimender Panik. Schon wach? Kam es Fragen vom Bett. Harry wandte sich um. Draco saß da und rieb sich die Augen. Der Gryffindor trat vom Fenster weg und setzte sich zu seinem Freund. Es geht mir zu viel im Kopf rum, sagte er. Ja, das merkt man. Mir geht es ähnlich, sagte Draco und küsste Harry sanft auf die Lippen. »Drey, ich kann nicht zurück nach Hogwarts. Ich muss die restlichen Hockruxe suchen.« sagte Harry nun schnell und vermied dem Slytherin in die Augen zu sehen. Dieser nickte. »Ja, sowas dachte ich mir schon. Aber nicht ohne mich. Wir machen das zusammen. Oder dachtest du, ich sitze in Hogwarts, während du allein durch die Welt ziehst?« »Drey, ich will nicht, dass dir was passiert. Ich...« »Stopp!« »Harry, James, Potter, Snape. Dieses Thema hatten wir schon. Ich bin ein großer Junge und kann auf mich aufpassen. Und glaubst du, dass wir lange ohne die nieweiligen anderen klarkommen würden?« Harry seufzte und legte seinen Kopf auf Dracos Schoß. Dieser strich ihm durch die schwarzen Haare. »Wir schaffen es, oder?« fragte Harry. »Sicher. Mach dir keine Sorgen. Wir müssen.« sagte Draco und küsste Harry auf den Kopf. Rückblick Ende. »Er liebt dich. Es ist klar, dass er dich nicht allein lassen wird.« sagte Remus. »Ja, aber er hat schon so viele Opfer bringen müssen, seit wir zusammen sind.« »Ja, aber das ist es doch, was Liebe bedeutet. Sich für den anderen aufopfern. Es ist nichts anderes, als das, was du tun würdest, wenn Draco an deiner Stelle wäre. Harry, schau mich an.« Bart Remus und Harry sah auf. »Ich weiß, du machst dir noch immer Vorwürfe, was den Tod von Sirius, Cedric und auch Dumbledore angeht. Aber Schuld ist immer ein schlechter Berater. Deine Angst, die zu verlieren, die dir am meisten bedeuten, ist verständlich. Und doch gibt es etwas viel Stärkeres, was dir helfen kann. Hoffnung. Jemand sagte mal, Hoffnung und Angst sind unzertrennlich und es gibt keine Angst ohne Hoffnung und keine Hoffnung ohne Angst. Hoffnung, Harry. Hoffnung sollte in diesen Zeiten unser aller Antrieb sein. Lange sah Harry den Mann vor sich an, ehe er sich hinkniete und ihn umarmte. »Danke, Remus. Machst du dir wirklich Sorgen, dass du ein schlechter Vater wirst? Ich glaube, diese Angst ist ähnlich unbegründet. Sagte er dann und lächelte. Überraschte Remus ihn an. »Du weißt davon?« Harry nickte. »Tongs hat es mir vorhin erzählt. Ich freue mich für euch.« »Danke. Vielleicht hast du recht und vielleicht ist es für uns beide an der Zeit, endlich zu lernen, dass wir nicht mehr allein sind.« Sagte der Wehrwolf und wandte sich zu der Gruppe um, die redend und lachend um das Feuer saß. »Kurv«. »Beson an. »Tong-Tong-Tong-Tong-Tong-Tong-Tong« »Tong-Tong-Tong-Tong-Tong-Tong-Tong« Vielen Dank.